Dezember 2012. Die Universität hat mich zusammen mit Scott auf eine Tauchexpedition geschickt, um die Gewässer um die Insel Robinson Crusoe zu erforschen. Was wir nicht wussten war, dass wir bald das Rätsel um eines der größten Geheimnisse der Weltgeschichte lösen sollten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.